Ich bin ein Cineast, oh ja, ich liebe das Kino. Die haben sie wohl mit dem Hockeyschläger die Fontanelle gespalten und die restlichen Sardellen peitschen die jetzt mit Priantine um den Ballon. Geil! Nur sehe ich einen Film und gern ganz allein. Nein. Wo ist die Frau, der das gefällt, die meine Welt nicht nur für dumm und reine Zeitverschwendung hält? Hey Gringo, hier ist der Weihnachtsmann. Gleich gibt's die Bescherung. Und bei reiner Brandsynchronisation nicht gleich aus allen Wolken fällt. Sartana, noch warm und schon Sand drauf. Perfekt, geht weiter. Wo bist du? Bitte meld dich bei mir. Zusammen nennen wir uns von Nachosombien. Klaus Klinski spielt in jedem Western-Film, den wir sehen. Und keinen davon durfte Werner Herzog drehen. Hä? Werner Herzog hat noch nie an Western gedreht. Ich weiß, das war nur ein Test, Baby. Hört mal nicht so an wie eine offene Zelda. Ich hau dich durch den Putz, dass da hinten ein andere Giff wie er ausschiegt. Du gehörst zu mir, wir haben uns gefunden. Im Bahnhofskino erleben wir unsere schönsten Stunden. Die schönste Stunden. Gemeinsam wandern wir durch düstere, billige Gassen. Du würdest mich nicht mal für Gianni Garko verlassen. Also, wenn Gianni Garko jetzt um die Ecke kommen würde, wäre ich mir dann nicht so sicher. Ich hoffe, dass ich mich nicht so sicher.